Hey Leute, willkommen zurück zu The Walking Dead, Staffel 3, Episode 5 sind wir mittlerweile das Finale, dem Galgen entkommen. Ah, ist das ätzend. Ich muss was sagen, und zwar, ich habe ja einen neuen PC, hab aber auch alle alten Save Games mit rüber kopiert, nur leider, leider, erkennt das Spiel die nicht mehr. Das schreibt jedes Mal, oder das sagt mir jedes Mal, ja hier, Save Games sind nicht valide, also die funktionieren einfach nicht. Ich habe versucht, meinen Spielstand von der Cloud zu importieren, von Telltale, habe es schon im Forum gelesen, das ist leider gerade wohl ein Problem, es funktioniert einfach nicht. Und bei vielen sind die Save Games komplett verschwunden, bei mir war es jetzt noch da, also physisch auf der Platte, aber ich konnte es leider nicht mehr laden, da stand, es wäre kein Spielstand vorhanden. Ich habe alles mögliche probiert, wirklich, glaub mir, ich habe eben zwei Stunden rumgesucht in den Foren und es ist nichts zu finden. Dementsprechend werden wir jetzt hier ein paar Entscheidungen haben, oder das Spiel hat Entscheidungen für mich getroffen, die ich absolut nicht, nicht betreten kann. Aber andererseits, wir wissen ja sowieso, wie Telltale funktioniert. Es wird alles auf ein Ende hinauslaufen, das sich nicht großartig unterscheiden wird, denke ich, außer sie machen es wie in Episode 2, also Staffel 2, aber mal sehen. Ist ja auch scheißegal, es ist vorbei und ich weiß gar nicht, ob ich noch Bock habe auf ein Viertes, weil leider hat die Qualität ein bisschen abgenommen. Aber trotz allem, viel Spaß jetzt mit der finalen Episode von The Walking Dead Staffel 3. Woher diese Sache zwischen uns ist, möchte ich es eine Chance geben. Und ich weiß, dass David jetzt wieder in unseren Leben ist, macht diese ganze Sache ein bisschen mehr kompliziert. Aber, fühlst du das gleiche? Ich bin sorry, Kate. Oh, Gott. Ich bin sicher, dass ich nur noch nicht sehen kann, zwischen uns. Ich bin sicher, dass ich das. Ich habe eine sehr interessante Gespräche mit deinem Freund, Eleonor, letzte Nacht. Ist das richtig, Eleonor? Wir haben. Ach, das ist ja schade. Das ist doch scheiße. Es ist Kate. Sie ist gekommen für uns. Oh, shit. Der Ron hätte sterben sollen und nicht der Kerl, der war nett, der hat uns geholfen. Kate! Ach, Kinder. Warum? Aber ja, wie gesagt, ich kann es nicht beeinflussen, Leute. Wirklich nicht. Ich habe versucht, alles zu retten, aber es geht leider nicht. Es ist frustrierend so ein bisschen. Also, sorry. Wie gesagt, es ist nicht mehr ganz mein Spiel jetzt, aber ich mache das Beste draus. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß. Ich finde es übrigens ganz schön, dass immer die Szenen aus der Vergangenheit wiederkommen. Wenn er seine letzte Bedeutung spielt, ihr seid aus der Wille, Javier. Wow. Kept aus Baseball. Can't play Domino's. Was genau bist du gut an, Javi? At least ich kann eigentlich play Baseball. Slugger. Das ist genug, beide. Es ist nicht Javi's fault, er ist ein Verzichter für die Game of Domino's. Ich habe gewonnen. Das ist 10 Dollar, ihr meint. Both of you. Ich weiß, du bist, Javi. You should sit out the next game, since we all know I'm gonna win. No shame in Surrender. You'd all understand. Good game, David. Nicely played. Nice or not, a win is a win. Pay up, little brother. If you can. I'll cover for Javier. Oh, is it your turn to do that now? I lost track. Poor, helpless Javi. Get my wallet, mijo. Keep an eye on him. You don't want him to snatch an extra 20 for gas money. It's on the counter. Yeah. Sure, Pa. Wahrscheinlich waren wir die ganze Zeit auch ein Arsch zu David. Also ich meine, ja, das Spiel war ein Arsch. Ach man, das ist doch zu. Pa? What's this? Hey, man, I was reading that. What? What's up? What the fuck is this? None of your business. He has cancer. What? Pa? Really? I'm old. Old people get cancer. You didn't need to know. That's not for you to decide. You really should have told us. It's the right thing to do. It's my cancer. I get to do whatever I want. You know now. What difference does it make? How bad? It's okay, mijo. Ask me. How bad is it? David, you won't have to worry about paying me back that ten bucks. Oh, Jesus fucking Christ, Pa. Please, settle, David. Now. You haven't told my ma. And neither will either of you. You hear me? Mouth shut. Whatever you want, Pa. I won't say a word. Oh, of course. I have to be the one who tells her. Am I the only one here with any sense of responsibility? You're going to need her help with this, Pa. Driving you to the doctor, getting prescriptions. Wait. What are your options? Treatment, stuff like that. Chemo, radiation. All that expensive mierda. Great. When do you start? I turned it down. Turned it down? You don't get to turn it down. So much money, and for what? Another month. Another game of dominoes to lose. It's not worth it. If I was still playing ball, I could have paid for it. I'll pay for it. It's not happening. Save your money. Fuck the money. I can afford it. You can afford it, David. But my pride can't. Let's play another game. You are a fucking coward. A selfish coward. Javi, can you believe this shit? David, I get it, man. It's not fair, but come on. Take it easy. Sit down. Both of you. You know, I pray for daughters. Every night your mother was pregnant with both of you. Please, God, a daughter. Anything but a son. Anything but another me. Anything but another hot-headed idiot with his heart in the right place. Anything but another fool-hardy, handsome gambler. Anything at all. Please, Papa. Don't give up. Fight. Fight for our name. For our blood. For our family. Please, fight. You have to fight, Pa. We don't just give up. Any of us. Okay. Okay? Okay. I'll think about it. Oh, thank you, Pa. Thank you, Javi. Now can we play another game? I'll grab some more beers. Krebs ist scheiße. So, what are you really gonna do? Truth be told, whatever gets your mother off my ass. You think you two were mad at me for keeping secret? But it's good to see you and David on the same side of things, or a change. I'm gonna be a name carved in stone before you know it, Javier. That'll be me. That'll be me. Letters on a rock that nobody wants to visit. I know you think you're strong enough to handle that alone, and so does your brother. And you're both wrong. You have to take care of each other. You two are all I'll leave behind. Like Gabe and Mariana will be for David. Legacy, Javier. It's all anyone leaves behind. That and their... Bones. Be brothers. Before it's too late. That's not too much to ask. One last favor for your old man. Okay, Pa. I'll try. As hard as you can? As... As hard as I can. I still need to pay, David. Pa. Oi. If you had just won the game, we wouldn't have had this problem. So you're blaming me for all this. I'm depending on you, Mijo. We both are. Ich mag den Vater. Der hat Stolz. Und... Naja. Ja, der Kate ist tot, man. Oh... Können wir euch mal auf die Zombies konzentrieren? Oh Gott. Als Tattoo am Bein. Haha. Ich werde es nur verkrätzt. Oh, komm schon. Schimmelgesicht. Lass mich doch einfach in Ruhe. Haha. Ja, gut. Komm. Sie ist eh nicht. Okay, sie ist weg. Beide Optionen. Gabe! 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 Over here! Where's Kate? She's not here. She must have gotten out. If something's happened to her, if you've gotten her... You better hope she's alive. How about it? You're welcome. I just saved your life. Is that what you're thinking about? Kate's more important than your ego. Kate! Kate! Wenn du eigentlich sollst du schon kapiert haben, dass Kate nicht mehr so wirklich mit ihm, ne? David, warte! Das ist nicht Kate. Komm, weg mit dir! Ja, easy. Sie hat einfach David ignoriert. Mach mal nicht, du. Das ist immer noch dein Ehemann. Entschuldigt ganz kurz. Ja, Stimmung killen, aber es ist ein bisschen zu laut. Das hat sich nämlich auch alles resettet. Alle Einstellungen hier haben sich einfach mal resettet. So, machen wir mal so. Entschuldigt, bitte. Ich hoffe, das ist okay. Are you trying to get yourselves killed? Das sind was tolles Ach Kinder, ich bin ja gespannt, was alles noch anders laufen wird, weil ich habe mir vieles ja anders hingerichtet und Wahrscheinlich lebt Joan jetzt wieder, auferstanden von den Toten, wenn man so will. Mal gucken. Bin gespannt. Gabriela, nicht mit mir nehmen. Du hast das Mann, nach dem sie zu gehen. Du bist ein Kieller, wie sie gesagt haben. Du hast das gemacht? Du wirst nicht verstehen. Es war sie oder wir. Ich habe das gemacht. Ah. Clint war ein guter Mann. Du bist mein Kind. Ich mache das, was jeder parent würde, um dich zu halten. Du wirst mich nicht verletzen. Du hörst mich? Hey, du wirst nicht weg von mir. Wenn jemand spricht zu dir, standst du und antworten sie. Even wenn du nicht möchtest. David, das ist genug. Er ist nicht ein kleiner Junge. Er braucht das von dir. Er braucht ihn zu lernen, um seine Meinung zu sein, bis er verstehe, was er spricht. Ich habe... Ich versuchte dich, Gabe. Ich verletzte dich einmal. Ich werde es nicht wiederholfen. Okay? Wir haben es durch. Wir sind glücklich. Wir müssen uns glücklich sein. Wir müssen die anderen Entrens. Wir müssen sicher, dass wir sicher sind. Gabe, willst du helfen? Da kommt schon. Javi? Gabriel! Geht ihm helfen, Gabe. Es ist okay. Er braucht nicht deine Verlust. Ich werde auch helfen. Okay. Es läuft nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ja. 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 Meine Liebe. Du hast die Wand zerstört mit deinem blöden Truck. Du mal so. Oh mein Gott. Ja. 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 Man kann sie ja schlecht wiederbeleben, oder? Oh, sie lebt noch. Ah. Es ist auf sie, nicht auf uns. Ich habe nie gedacht, dass es so wäre. Du musst glauben, dass. Everyone from Prescott ist tot. Everyone, aber... ich. Was getan ist getan. Ich habe keine Lust, aber ich kann es nicht ändern. Aber du... Du hast eine Menge Nerve, hier. Nach dem Blöden, du hast. Du bist unglaublich. Absolutlich unglaublich. Wir sind hier, um zu helfen. Wir müssen das und das auf das. Du willst du helfen? Ja, das ist schrecklich. Warum hast du gesagt, Joan, was wir tun? Ich war ein schlechtes Situation. Der Doktor ist gar nicht funktionierend. Und bevor du das alles aufgeriert hast, der Walls funktioniert. Es geht nicht nur um mich. Ich kann hier wirklich leben, nicht nur um sie aufzuhalten und hoffen für die besten. Diese Menschen werden ohne mich sterben, Javi. Ich weiß, dass sie, äh, uns überhört hat. Aber sie versucht ihnen zu helfen. Sie versucht, um etwas richtig zu machen. Das ist wert. Das ist wert. Sie versucht, das funktioniert. Elinor ist einer von uns. Vielleicht hat sie es vergessen. Aber ich habe nicht. Danke, Javi. Wir sollten versuchen, um zu helfen. Nicht alle hier sind schuldig. Sie sehen, eine kleine Mädchen da? Sie war gerade hinter mir. Ich bin sorry. Ich habe keine kleine Mädchen gesehen. Das ist Rufus. Die Baby-Gerl. Sie wusste, Rufus. Er war sie, sie. Sie hat ihn in den Augen. Sie ist eine meiner Leute, Elinor. Was geht mit ihr? Sie wird okay. Sie ist nicht bitten oder nichts. Sie hat sie verloren. Sie hat eine kleine Mädchen in der da. Ich weiß, ich bin sehr schuldig. Gott, es gibt nichts mehr als zu verlieren, als ein Kind. Sie erzählen mir über das. Gib ihnen ein paar Gefühle. Es ist ein wenigstens, was wir tun können. Ich will helfen dir. Okay, well... Was? Wir sind alle sterben, wegen dir! Du bist! Du hast einen Schraub in den Schraub gemacht! Du hast die kleine Frau gebetet! Richemond war gut, bis dein Schööda schäuert. Wir sind schäuert, David. Vielleicht können wir den Schraub entfernen, während ich kann. Feern. Entschuldigung! Ich habe nicht gesagt, dass dies zu passieren. Ich bin sehr entschuldig, über deine Frau. Du kannst dich entschuldigen. Du bist nur ein Sekunden. Stand down, that's an order. Katie, no! Fern, this is all because of me. I caused the explosion. I killed your daughter. Please, forgive me. It's my fault. Please. I am begging you. I hardly have any family left. Please don't take any more away from me. Oh, was... Alter! You're welcome, Javi. That dead guy. David, what are you doing? This isn't right. Oh my God. Did you really need to break her arm? That was necessary. Okay, don't thank me. Come on, David. No! David! Gabe! I'm sorry, that was an accident. You were going to kill her. She was going for her gun. Look at her! Gabe, I'm... She can't even stand up. What the hell is wrong with you? He was just being saved, Gabe. That doesn't mean she has to die. That isn't the answer for everything. Gabe. I'm sorry. I... I didn't mean to do that to you. You know that? Come on, David. Why the hell are you all looking at me that way? They're just... They're scared, David. Of what? I'm protecting them. Then why are you pointing a gun at us? So I'm all alone. Fine then. You people are on your own. I've seen that look in his eyes before. You should go after him. Boah, I'm going to go after him. How would he behave if it was my way to go? I don't know. But it's just a bit weird. But it's just a bit weird. 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 David? What are you doing? Los, springen. Ja. Come on. Just take a step back. You wouldn't want to... You know... Slip or something. I can't even go after him. Come over here. Or are you afraid of me too? I know the rest of them are. Right? Even if they are. I'm not. I've dealt with scarier than you, brother. There's no if, Javi. They are. My wife, Javi. My son. They look at me differently. Maybe you're seeing them differently. I want to show you something. Stand with me. Ich glaube nicht, dass er uns runterschubsen wird. Ach, du schon. Ah. Why the hell are you smiling? See that sewer line over there? Perfect placement for a trench. That hill about a hundred paces west of it. A sniper's wildest dream come true. I'm a soldier, Javi. I see this landscape like a painter sees a blank canvas. Like how you used to see a baseball diamond. I'm a soldier. This makes sense to me. I was made for this. I thrive in this. Baseball was a lifetime ago. I miss it so fucking much. When I wasn't deployed, I'd miss being out in the field. Now that's all I am. Every day. A soldier isn't a husband. Or a father. A soldier is a soldier. Nothing else. Nothing. Nothing at all. Call yourself whatever you want. I still see you as my brother. That is kind of you to say, Javi. I wish... I wish I had your heart sometimes. I want to change, Javi. I always have. Really? All you ever tried to do was get me to change. Only because I couldn't bring myself to do it first. It's the one war I could never win. And I'm wondering why. Is it because... I don't know how? Or because it's impossible to change who you really are? You don't need to change a goddamn thing about yourself. Except thinking that you need to change. Like I said... I wish I had that heart of yours. Maybe you're right. Maybe. Just gotta live long enough to find out. Just like with anything else. I did what you asked. You did. Thanks for that. So now will you step back? Sure. I found them! They're up here! Be careful, Javi. I ran into... Oh, come on. Oh, Ava. Na gut. She was still outside when we checked on the entrances. There are Mertos everywhere. We got her inside just in time. Seriously. I've never seen so many Mertos. It's awful out there. That was the right thing to do. Proud of you, buddy. Ava. About earlier. I guess I owe you an explanation. About what happened on the stage. With Joan and Trip. You don't have to say anything to me. Your actions said plenty. Ah, you're already dead. I read you loud and clear. But go ahead and say whatever you want. I saw through her little scheme. I knew she was gonna shoot Trip instead. Just be glad the situation was what it was. And that she didn't make me pick between you and your brother. Okay, that's fair. Yeah. There's so many. They're pouring in. You don't know the half of it. The herd has taken over Richmond. The streets are filled with walkers. With that hole in the wall, this city is fucked. We're not safe here. No one is. Oh, Jesus Christ. What the fuck have we done? So what do we do? I don't want to die up here. None of us do, Gabe. We watch out for ourselves. We're top priority. Absolutely. The best way to protect ourselves is to protect this place. Potentially, but with the streets compromised, we're gonna need some sort of reinforced mobility to get around. That armored truck you guys stole. There's more vehicles like that in the same place. That's over by the motor pool at the water tower. We could use the highway overpass to get to the water tower. Come on. Let's jump. Oh, good idea. Ich mein, Kate is angeschossen worden vor 1-2 Tagen. Come on. It's an easy jump. Trotzdem bewegt sie sich, als wär alles cool. Ich mein, die wurde in die Brust, also unter den... ...die Rippenbögen. Ja, ich mein... Ihr könnt jetzt erstmal ne Woche lang nicht laufen, mindestens. Aber gut. Macht ihr mal, ihr Übermenschen. Hm. Okay. Okay. Und zwar auf den Weg. Für mich nicht. Ich bin mich so über das. Ich bin der Angst. Ich bin der Angst. Oh, guck mal, der Kerl, der Fabi angestochen hat. Ja, das sieht nicht gut aus, man. Das sieht alles sehr gefährlich aus. Aber ja, ihr macht das schon. Ich halte immer noch zu David, Leute, ganz ehrlich. Wer ist mit Laufen? Okay, bud. Wenn ich klein war, mein Vater fragt mich, was ich zu sein wollte, als ich ein Mann war. Und ich habe ihn gewonnen. Er hat immer so gewonnen. Ich dachte, er war so ein tolles Mann. Ich würde immer ihn schreien. David ist nicht perfekt, aber er ist nicht die schlimmste Rolle-Modelle in der Welt. Vielleicht. Wie cool die sind. Er sagt mir das immer so. Ich bin ein Mann, der sich an andere Menschen beschäftigt, um die Probleme zu lösen. Denn dann bist du nicht ein Mann. Ich dachte, er ist richtig. Aber nicht mehr, Javi. Ich kann nur hoffen, dass ich so wie du bist. Also, hier ist hoffen. Oh, danke, Junge. Das bedeutet viel. Ich bin sorry, ich habe noch nie gesagt. Ich sollte das. Danke, ein Millionen. Du bist willkommen, ein Millionen. Du hast mich sehr gut gemacht. Jetzt müssen wir den Vater ausführen. Er ist derjenige Hilfe. Wir müssen nachher nach der Seite gehen. Es gibt kaum Raum. Ja, die Stinger kommen da bestimmt nicht so einfach vorbei. Ich dachte nicht, dass es so viel gibt, das mich nicht mehr schrauben könnte. Und trotzdem... Hier sind wir. Es geht nur um euch zu zeigen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist voll von Supermacht. Das ist nicht so schlecht. Ich glaube in euch. Ihr könnt das machen. Aber mach nichts dummes jetzt, ja. Ey, wahr? Nicht, dass sie jetzt zurück bleibt. Sie hat schon so komisch geschaut. Oh ne, ist das jetzt so ein... Oh scheiße! Oh mein Gott! Ava! Fuck! Ach komm schon. Gott sei Dank! Nein! Ich bin sorry, Mann. Ich weiß, dass sie wichtig war für dich. Ich hätte schon lange Zeit ohne sie sterben. Danke dir, Ava. Ja. Goodbye, mein Freund. Egal ob Tripp oder Ava, einer von beiden wäre jetzt hier gestorben. Also egal, wer noch übrig war. Ja. Soll ich anschubsen den Rotor? Du... Ja. Soll ich anschubsen den Rotor? Ich weiß, Gabe sieht es nicht. Aber David versucht wirklich an ihn zu schauen. Er ist nicht der beste Arbeit, aber... ...und niemand gibt dir ein Regelnbuch, um ein Kind zu erzeugen. Und sie sicher nicht. Es ist nur eine Sache, die ich nicht verstehe. Aber... David glaubt er wirklich, dass er Hilfe von A.J. verletzend ihn weg? Warum hat er nicht verletzend ihn verletzend? Er hat Angst. Er hat einen Baby in seinen Arm, wahrscheinlich hat ihn zehnmal mehr als eine Werte. Ich verstehe nicht. Nachdem du all diese Arbeit hast... ... so viel von deinem Herz... A.J. war ein Brat. Er war mit mir, nachdem wir dich ausbauen, Clem. Ich hatte bereits zwei Kinder. Ich dachte, es wäre ein Stückchen. Ich dachte, es wäre ein Stückchen. Nicht mit dem Tyrant. Das ist das, warum du ihn ausbauen hast? Wir hatten ein schlechtes Winter. Er hat alle Ziele, die wir hatten. Ich konnte nicht wegziehen. Und A.J. konnte nicht in Richmond bleiben. Ich hatte A.J. zu Lingard und sagte, ihn zu machen, was er hatte, um seine Leben zu schützen. Ich liebe ihn. Ich liebe dieses Brat. Ich habe ihn niemals gefragt. Ich frage mich zu ihm, Frau. Ich habe ihn oft aufgelenkt. Ich glaube, dass ein Brat auch die kleine Brat freutst du. Die beiden. Es war nicht einfach, Clem. Es war nicht einfach, denn ich weiß, ich hätte zwei Kinder already verloren. Es war nicht einfach mit Nummer drei. Es war nicht einfach. Ich werde dich lebern, alle von uns lebern, und hoffe, dass das genug ist, genug für die Atonung. Wir sind alle abandone, eine Art oder andere. Ich denke, AJ ist nicht anders. Ja, er hat mich so ein bisschen an 28 Weeks später, es gab eine sehr coole Szene da. Was ist hier passiert? Jetzt einfach... Nein. Da ist die Wettertower. Nicht zu weit weg. Oh, da hängt der andere Halb. Achso, da hängt er noch. Keine Ahnung, dass wir da über den Weg gehen können. Können es ja versuchen, ich meine. Ja gut, da muss ich wohl wirklich den Rotor greifen. Ich finde es immer noch nicht cool. Nein. Ernsthaft, oder? Sag mal... Nicht erst mal rumsehen. Ich sag, das ist eine ganz bescheuerte Idee. Immer noch bescheuert. Macht mal. Bitte wetten, Cage stirbt. Oder David. Sie könnte sich nicht mal festhalten mit der Wunde. Aber gut. Mach du. Nein, du gehst zuerst. Mach mich auch, du Arschkeks. Aber ich mag David. Mag ihn einfach. Oh, nee, nee, nee. Das sah schon nicht gut aus. Abi. Auch reinziehen. Komm. Wow. Abi. 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 Hang on. Warum wusste ich, dass das passiert? Oh, hi. Na. Hängst du hier so ein bisschen rum, ne? Alter. Der sich einfach am Rotor hochzieht. Oh. Der arme Kerl, der hängt hier nur ein bisschen rum, weißt du? Ach du Scheiße, der ist immer noch nicht. Okay. Besser Aktion, Leute. Ja. Ja. Da ist dann der Geistertrip hin. Wie die ganze Familie noch beisammen ist, außer Mariana und, na gut, Clem ist jetzt die neue Mariana, wenn man so will. So eine ganz kranke Patchwork-Familie aktuell. Aber ja, immerhin schön, dass sie es geschafft haben. Und den Rest haben wir einfach zurückgelassen. Eleanor und so weiter. So. All we did was track the herd. From a safe distance. We need to get down there. We're not getting anywhere without one of those vehicles. It's not like we can just ask all those walkers to move out of the way. How about we make some noise and distract them? We could use that generator. That's a great idea, Gabe. Why'd you get so smart, Gabe? You really aren't the same kid I remember. I'm impressed. Really? Hey, don't give him too big of a head. He's still got some learning to do. Don't listen to him, Gabe. You're doing just fine. We still gotta get to the generator somehow. Cut a walker open and cover yourself with its guts. Then you can slip right through them. Mmh. Geil. Ja, es funktioniert wirklich. I said, please. So, who's gonna do it? Javi, you've been willing to do some crazy stuff for me before. I know shooting Conrad wasn't easy. Ja, deswegen hab ich's auch nicht gemacht. Ihr habt Conrad nicht erschossen, aber, ja gut. Spielt eh keine Rolle. Look, it smells really bad. Like, way worse than you think. Hmm. Soll ich den aufschneiden mit meinem Baseballschläger? Ach nee, hat der ein Messer? So, wer sieht denn noch ganz frisch aus? Das Rippchen da. Mmh, komm, lecker, lecker, lecker. Na? Aber hey, ganz ehrlich, um zu überleben, ich würd das auch machen. Ich würd mich den ganzen Tag mit Bombikacke einreiben, nur, dass ich nicht sterben muss. Warum nicht? Oh. Fang mal mit der OP. Oh, mein fucking... Oh, Gott. Oh. Ich... Ich würde mich sick. Mmh. Das ist so, das ist so, das ist so, das ist so. Du hast nur literisch was all day long eaten? Ist das, warum du so... Aber doch nicht im Gesicht. Du musst dir nicht das Gesicht einreiben. Okay. Das besser wäre genug. Ich würd vielleicht trotzdem den Basie ziehen, nur mal so. Am besten bin ich hinter den Fässern vorbei. Die laufen hier ein bisschen zu viel rum. Ah, nein. Kann ich hinter die Fässer. Oh. Letzchen. Nicht, nicht. Nein, nein, nein. Ich bin voll wie auf so einer Aftershow-Party. Bei dem im Bandana, der ist bestimmt ein Roadie oder so. Ah. Nein, nein, nein. Ja, piste dich. Na, man kann die da ein bisschen rumschubsen. Das macht denen doch nichts aus. Alles cool. Er hat dann einen scheiß Tag. Nein. Also, wenn das nicht ein Achievement wert ist, ne? Genau, Freibär. Denken die jetzt wahrscheinlich. Ich muss mal riechen. Ich muss mal riechen. Ich muss mal riechen. Und woher gehen? Du sahst es dir selbst. Wir sind durch die Hürde. Ich nehme meine Familie aus hier. Du hast sie gehalten, Clem. Du bist auch gekommen. Los geht's. Everyone. Wir können nicht warten. Das ist blöch, David. Absolut nicht. Alle in Richmond werden ohne uns sterben. Das ist nicht wichtig, Javi. Du verstehst du das? Das alles begann den Tag, wir auf die Tür des Richts. Die Tür des Richts. Wir bringen uns auf diese Leute. Alle in uns. Wir können sie nicht wegziehen. Nicht nach dem, was wir getan haben. Wir gehen nach Hause, Kate. Back in der letzte Zeit, wir waren eine Familie. Wir beginnen. Wir sind alle zusammen. Wir sind wieder. Finally. Es ist Zeit. Alle in uns. Ein neues Tag. Ein neues Leben. Aber was ist hier, Mann? Wir machen Richmond ein neues Haus. Richmond ist weg. Wir gehen, Javi. Ich werde nicht die Leute, die ich liebe, sterben, versuchen, zu schützen. Ich gehe mit dir, Vater. Gabe! Er ist mein Vater, Clem. Ich bin sorry, aber... du wirklich nicht verstehst. Ich denke das, Mann. Gabe? Ist das wirklich was du willst? Ich weiß, es ist schrecklich, aber ich muss. Du musst nicht Angst haben, Gabe. Ich werde nicht, was passiert mit Mariana passiert mit dir. Du hast meine Worten. Ich werde dich in der richtige Weise beschützen. Wir haben immer noch versucht, dass du wieder zurückkommst. Ich wünsche dir, dass du sie kennengelernt hast. Ihr Schreie, Mann. Es war wie die Sonne. Ich werde nicht mehr mit einer Minute mit meiner Familie. Das ist das, was ich will. Ich... Ich verstehe, Gabe. Ich werde noch zurückkommen. Ich werde nicht mit mir leben können, wenn ich nicht die Menschen in Richmond versuche. Du wirst überhaupt nicht leben können, wenn du das machst. Richmond ist kompromisiert. Es ist egal, ob es fünf von uns versuchen, zu schützen oder 500. Wir alle sind. Ich weiß nicht, wenn ich einen lose bin, wenn ich einen sehe. Wir gehen jetzt. Jeder, kommt rein. Das ist eine Ordnung. Wie schreitst du dich? Was wird es dauern, David? Was wird es dauern, dass du das nicht machen kannst? Wir sind nicht deine Soldaten. Geh weg, Homme. Sei ein Schraubiger. Ich bin mit dir fertig. Oh, komm schon. Ich kann nicht glauben, dass ich dich liebte. 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 Habe ich auch nicht. Da war keine Beziehung. Ich kann nicht glauben, dass ich dich liebte. Ich kann nicht glauben, dass ich dich liebte. Ich kann dich liebten, dass ich dich liebte. Was bedeutet, dass ich dich liebte. David! Was hast du gesagt, dich selbst zu sagen? Bruder? David! Hör mal! Ich liebe dich. Nein. Nein, du hast nicht gesagt, das zu sagen. Jesus Christus, stop! Wie schreitst du? Das ist genug! Stop es! David, stop! Oh, mein Gott! Ich liebe dich! Nein, stop zu sagen! Oh, mein Gott! Du hast nicht meine Familie für mich! David, nein! Ich werde dich f***ing töten! Stop! Ich liebe dich, Bruder! Nein! Wow! Jetzt kommen alle wieder runter, ja? Oh, kacke, die sind schon hier, natürlich. Was war das denn? Oh, nein. Mach das doch bitte nicht. Was in der Hölle macht er? David hat ihn genommen. Wir können nicht mehr warten. Wir müssen zu helfen, Richmond. Ich komme auf den Bulldozer. Aber Gabe! Gabe wollte gehen. Er hat es gemacht. Wir haben alle gehört. Du bist... Du bist richtig. Was hat Kate auf einmal für ein Wandel durchgemacht? Ich mag sie gerade. Ich benutze das Motorrad und gehe nach Gabe. Javi, du sollst helfen, Kate. Was für dich, Clem? Ich kann sich um mich selbst beziehen. Wir sind aus dem Zeitpunkt. Ich glaube, sie hat schon recht. Ich glaube, sie hat es schon recht. Ich finde wirklich, dass wir den Leuten schuldig sind, also... Aber ich kann David auch ein bisschen verstehen. Ich meine... Ich kann alle verstehen. Aber Kate? Warum auf einmal ist Kate sympathisch für mich? Ich sage ja, sie steht für was ein. Und nicht nur für sie. Macht sie wieder sympathisch. Krass. Als Jesus wieder kommt, hätte ich nicht gedacht. Ja, coole Idee. Tschüss. 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 Yuck. Yuck. Javi, der Busket! Genau. Ja, Busket. Schön, dass ihr Leute zurückgekommen. Was gibt die Schaufel? Oh ja, genau. Das meinte ich. Keine gute Idee. Idee. Also, ich schaue die Serie ja nicht mehr, aber... Hier ist es cool, glaube ich. Ja. Äh. Äh. Der grüne Knopf. Hey. Perfekt. Im ersten Mal, ne? Bingo. Let's get inside and wrangle the walkers together. If we get them in one group, we can lead them right out. Oh, das ist gerade spannend. Ich fange gleich an Fingernägel zu kauen. Habe ich schon 30 Jahre nicht mehr gemacht. Habe ich schon 30 Jahre nicht mehr gemacht. Habe ich schon 30 Jahre nicht mehr gemacht. Wollsteam her. Ob das Sinn macht, auf die einzelnen zu schießen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß, hast du keine Muni mehr. Die war auf die da. Auf die Knusperbande. Oh, fuck this. Let's do it. Oh. So, der hat's auf Automatik gestellt. Okay, kannst du überhaupt schießen. Plug the breach with the damn truck. Oh. Oh, mach. Here we go. Don't smash. There's crossed. Ah, wenn wir es etwa tatsächlich schaffen, jetzt die Stadt wieder dicht zu machen. Halbweise zumindest, ja. Das war eine Heldentator. Jesus, over here. We need to round up these walkers. Head them towards the gate. Welcome back. I thought we were coming back to, uh, well not to this. It's just a little surprising. That's all. This? Huh, this is just another Tuesday in Richmond. We need to get it under control. Trouble in one place usually finds its way to another. Javi, look. It's Clem. Gabe? What? Is he? No, no, he's fine. He's just banged up. What happened, Clem? Their car got overrun with walkers and crashed. I was barely able to save Gabe. What about David? David's dead. Ah, ja. Dacht sich so einfach. I'm just glad you found Gabe in time. Thank you. Thank you for saving Gabe. I don't know what I'd do if I lost him too. Of course. When I got there, it looked like David had turned. And that Gabe had to stop him. Oh, God. Gabe. It's horrible. Javi? My dad, he... I know, buddy. He's gone. No, no. He wanted me to tell you. Take care of each other. Where did you find them? A little ways outside of town. Not too far. Can you take Gabe somewhere safe? Yeah, sure. Come on, Javi. Where are we going? A funeral. Die sich halt Kate einfach mal gewandelt hat von... Weiß nicht. Von Zicke zu ganz normaler Frau, die sogar noch ziemlich viel Courage hat. Ich sag ja, auf einmal mag ich sie. Aber am Anfang mochte ich sie halt gar nicht, weil sie sehr egoistisch war und... Ja. Kann sich das Platt ja wenden. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Poor David. Poor Gabe. I can't imagine. Gabe's come a long way. He's really grown. Did he really need to learn this lesson, though? He talked about this every day. What to do when he died. He was convinced it would happen in the field. He was convinced it would happen in the field. Every day. As common as talking about the weather. Not surprising. He was a soldier. I used to hate talking about it, but it seemed to soothe him. He'd talk about his military funeral the way that other people talked about retirement plans. He'd only change the subject if I promised I'd bury these. He didn't care about burying his body. As far as he was concerned, this was him. Help me dig. It doesn't have to be much. We should probably say something. That's what you do. Usually. When you see Pa, you tell him I said hi. And then I'm sorry for not paying you back that ten bucks. Do you, uh, you want to say something? Let's go. Das war's. Ah. Der Ehering. Dunkler Sieg. Nee, ich find's echt gut, dass sie nicht einfach jetzt nur ein Miststück war im Endeffekt, sondern sich gewandelt hat. Können wir da doch noch was in Regiment regeln. Trip? Aber nochmal, ich fand das mit Ava ganz schön cheap. Also, ich sag ja, wäre Trip der gewesen, der überlebt hätte, dann wäre er jetzt auch gestorben bei dieser Hubschrauberaktion. Also vorher beim Auto, ihr wisst schon. Aber ja. It was his own fault. If you regret helping me, if you're feeling any guilt, bury it. I mean it. Don't let it eat you up inside. We need to move on. Move forward. We do. And we will. So, is Richmond everything you thought it would be? Not yet. I'm staying here until it is, though. It's not safe out there. Or in here. I'm pretty sure I can fix one of those. I'm not saying I want it to be this way forever, but I want you to keep your distance. Not forever, but for a little while. really? Can we not be friends? Not yet, Javi. I need you to understand that. We can work together to stay safe, but that's it. For now. I don't hate you, but I hate knowing what our future could have been. That's fair. you, all is cool. I said, Beziehung comes not in the list. Also, if I already knew, David is dead, but Freundschaft irgendwann wieder voll in Ordnung. Absolut. Es gibt Kinder in Richmond, das ist doch schön. Heading out? Yes, indeed. We came here to put an end to the raiding. Looks like that's been done. Glad we got it settled. Gotta move on. I gotta admit, man, you're a fucking badass. You're a real charmer. You know that? Through and through. Are you really sure you don't want to stay? There's room. Oh, I'm sure there is, but we got other people dependent on us, Javi. Just the way it is. I don't meet a lot of people like you, Javi. Someone genuinely good. It was my pleasure. Second chances are in short supply these days. That's what this place can be if you let it. Trust me, though, life within walls is a hell of a lot different than life on the road. Don't take shortcuts like Joan. You gotta do the right thing. Always. Good days, and especially bad. Absolutely. The right thing. No matter what. Good to hear. I read people pretty well. A little gift to mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change, and I think you should. For the better. God knows this town could use it. You know what? I'm gonna step up. Lead this place in the right direction. then as far as I'm concerned, Richmond's in much better hands than it was. Hey, uh, Jesus? Hey, uh, Gabe. Thanks for, you know, not letting me get killed, and for coming back to help us. Yeah. Thanks for that, man. Pay it forward. Be vigilant. Trouble never stays too far away. Yeah, und bald kommt Sheriff Grimes in seine Truppe und machen alle platt, weil die hier nett sind. Weil nette sterben immer. Walking Dead. Sag's ja nur. Oh, der Doc ist noch alive. Ja. Don't remind me. I'm not gonna say thank you for keeping me alive, but I'm gonna try and find something out there that might make me say thank you someday. So where's AJ? Tell me yeah it's time I have to find AJ Javi I've waited so long but could you do me one last favor before I leave? Könnt's nicht einfach Gabe verlassen der mag dich sie mag ihn auch zweite Chancen I used to do this for my niece that's nice of you she thought I was terrible at it were you not your business I'm really gonna miss Gabe I mean he's super annoying sometimes but I've gotten used to having him around them is funny to have someone to talk to even if he is a total dork not that he said anything to me in particular but you know the guy got a mondo crush on right he does not oh my gosh you have a crush on him too I I both have my blessing I gonna stab you with those scissors I find it süß wäre doch schön also wenn sie bleibt I mean AJ finden will zurück kommen I have to see that he is okay do think he remembers at least a little who could forget you club no one who knew you I guarantee it yeah maybe everyone told us he was better off after everything that's happened I'm starting to think they're right I don't know if I was a good mom or not I can't stop thinking about it I really wish I could it's not about good or not good you kept him alive you did your job until someone else had to do it for me Gabe told me you used to play baseball I did I loved it he told me you fucked it all up too yep sure did well you survived I had to but you loved it how do you survive that how if you really loved it how I'd really like to tell you that it fades away and you just get over it but when you really love it you never do not really yeah that sounds about right all done well how's it look oh oh no what you done it not so bad you know what I'll grab your hat Sie sind halt ein bisschen moderner, ne? Ich erinnere das Team. Ihr Vater hat dir immer über Baseball gelernt? Nein, nicht wirklich. Willst du zurück? Ich werde dir alles über das. Es ist ein Problem. Er ist ein bisschen hübscher. Wenn ich AJ mit mir bringe, will du ihm auch? Du wirst. Er ist mit dir, Clementine. Bring ihn zurück. Ich habe es. Ich habe es lieb. Er hat mir gesagt, dass du es alles aufgeriert hast. Ja, sicher war es. Na, du überlebt hast. Ich hatte es. Aber du liebst es. Und wie du das überlebt hast? Wie? Wenn du wirklich liebst es? Wie? Ich würde dir wirklich sagen, dass es weggeflügt und du einfach nicht überlebt hast. Aber wenn du wirklich liebst es? Du niemals liebst. Nicht wirklich. Ja. Das ist genau so. Oha. Achtung. Oh nein. Was hast du hier angetan? Der sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe es. Ich habe es lieb. Ich habe es lieb. Er hat mir gesagt, dass du es alles aufgeriert hast. Ich habe es lieb. Wenn du wirklich liebst es liebst, wie? Ich würde wirklich sagen, dass es weggeflügt und du einfach nur überlebt hast. Aber wenn du wirklich liebst, du niemals liebst. Ich habe es lieb, ich habe es lieb, ich habe es lieb. Ich habe es lieb, ich habe es lieb. Ich habe es lieb, ich habe es lieb. Du hast das immer über Baseball trainiert? Nein, nicht wirklich. Wenn du zurückkommst, dann werde ich dir alles über diesen. Es ist ein Problem. Dann ist es eine Hübsche. Wenn ich AJ mit mir bringe, will ich ihn auch? Du? Du wirst. Er gehört mit dir, Clementine. Bring ihn zurück. Amen. Jetzt ernsthaft ein Happy End in Walking Dead? Das kennt man so gar nicht. Also mehr oder weniger happy. Ihr wisst schon. Den Umständen entsprechen. Trotzdem. Ach Kinder, was soll ich sagen? Ne, danke, hab ich schon. Tja, Leute, das war's dann also mit The Walking Dead Staffel 3, wie gesagt. Was soll ich sagen? Ich fand sie ehrlich gesagt nur mittelmäßig. Also klar, Javi ist ein toller neuer Charakter. Aber mein Gott, es war halt, mich hat's die meiste Zeit ein bisschen gestört. Ihr habt's mitbekommen. Ich bin ein ganz, ganz, ganz seltsamer Mensch, was solche Entscheidungen angeht. Ich bin sehr emotional. Ich versuche immer, das Beste für die Gruppe zu machen mit möglichst wenigen Opfern. Und da komme ich halt meistens ein bisschen aneinander mit manchen. Mit manch anderen, die sagen, meine Entscheidungen wären Quatsch. Aber so bin ich nun mal. Und ich will's auch nicht ändern. Und ich werde mich nicht verbiegen. Ihr wisst ja Bescheid. Jetzt auch irrelevant, würde ich sagen. Am besten spielt ihr es selbst mal oder auch nicht. Wenn ihr das jetzt gesehen habt. Ich weiß nicht, ob es noch viel Sinn macht, das nachzuspielen. Weil ich glaube, Wiederspielwert ist jetzt auch nicht so wirklich da. Also, puh. Ich sag ja, wenn, wenn ne vierte Staffel rauskommt. Ich weiß wirklich noch nicht, ob ich mir das nochmal geben möchte. Ich weiß es wirklich nicht. Weil ich, ich hab mich echt ein bisschen geärgert manchmal hier. Und war auch sehr ungeduldig manchmal. Und hab mir nur gedacht, so, komm, scheiß drauf. Mach jetzt halt irgendwas. Und, naja. Weiß ja nicht. Das ist halt leider so diese Telltale-Formel, die immer offensichtlicher wird. Und sie hatten auch nicht sehr gute Dialoge. Muss man leider sagen. Aber ja, gut. Ich will jetzt nicht schlecht über das Spiel reden. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen. Und habt euch über die Dramatik so ein bisschen erheitern können. Oder es hat euch Spaß gemacht. Erheitern ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe einfach, ihr habt es ein bisschen genossen. Und habt euch unterhalten gefühlt. Das ist ja alles, was ich hiermit erreichen will. Ich danke euch fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich danke für die Bewertungen. Und für die Kommentare, dass ihr vielleicht auch manchmal ein bisschen sinnvoll mitdiskutiert habt. Und nicht nur Entscheidungen anprangert. Weil ich sag ja, darum geht es ja eigentlich nicht. Gut. Alles klar, Leute. Macht's gut. Ich bin Herr Brugger. Haut's rein. Und Tschüss.